Die Intralogistik. Unendliche Weiten ohne Überblick. Was wäre, wenn wir Ihnen den Überblick verschaffen könnten und gleichzeitig umständliche manuelle Aktionen eliminieren? Ultrasonic Light. Full Automated Logistics Solution. Wir bringen die fünfte Dimension in Ihr Lager. Vollautomatische Überwachung mit automatischen Buchungen bis hin zu voll überwachten Warenbewegungen. Die bekannten Dimensionen sind papierbezogene Aufzeichnungen, Barcoding, mobile Datenerfassungsgeräte mit Scanningfunktionen, RFID, die fünfte Dimension, Ultrasonic Light, die Symbiose von fünf Hightech-Komponenten, Infrarotkommunikation, Ultraschall, RFID, Licht- und Digitalanzeige. Diese verschmelzen nun zu einem Produkt, welches mit einer zentralen, digitalen Kommunikationsplattform interagiert. Die Vorteile sind klar. Kombinierte Lösung aus hochpräziser Lokalisierung und eindeutiger Identifizierung in einem Produkt. Hochpräzise Ortung. Zuverlässige und automatische Zuordnung von Waren, Personen und Lagerplätzen. Schnelle Suche nach Gütern innerhalb und außerhalb von Umschlagstationen. Einfache digitale Darstellung der Produktions- und Lieferkette. Kostengünstige Ultraschall-Sendeeinheiten im Vergleich zu anderen Funktechnologien. Einfache digitale Anzeige der Produkte ohne Etiketten. Zentrale Kommunikationsplattform zur Anbindung an verschiedene Backends. Industrie 4.0 trifft die fünfte Dimension in der Intralogistik. Ultrasonic Light.